Großer Jubel hingegen in Japan. Fans feierten in Tokio den Einzug ihrer Nationalmannschaft ins WM-Achtelfinale. Der überraschende 2-1-Sieg gegen die favorisierten Spanier sorgte für Freudenfeste am frühen Morgen Ortszeit. Japan erreichte mit dem Gruppensieg zum vierten Mal die Runde der letzten 16 bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Nächster Gegner ist am Montag Vize-Weltmeister Kroatien.